Ja, wenn ich dann bitte für einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Ihr Vater hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, warum er Sie heute hierher gebeten hat. Ihr Vater ist schwer krank. Ich finde das blöd, hier oben zu sitzen. So etwas kann er unter dir einfach. Mein Vater ist ein total irres Arschloch. Du möchtest dich als Frau anziehen? Du möchtest als Frau in meine Familie kommen? Was möchtest du denn noch? Wenn man auch noch so einen Vater hat, der so als Vorbild zieht. Kein Wunder, dass meine Sexualität gestört ist und mein Beziehungsverhältnis. Pass wohl auf, jetzt kommt die Live-Show. Okay. Wer ist das denn? Dein Vater. Mann, ich hasse harte Eier. Ich muss ein weiches Eis und es ist mein Tag total im Arsch. Ja, wie soll ich denn jetzt runter? Ach Gott, scheiße. Wer von Ihnen den Mut aufbringt, das Leiden Ihres Vaters zu beenden, wird Alleinerbe der Mantel AG. Wer ist das Platz? Vielen Dank.